Ich habe wirklich absolut keine Ahnung worum. Also ich bin irgendwie nie so mit anderen Spielern zusammen. So was verstehe ich halt nicht. So, hier wenigstens mal Bronze erreichen, das wäre schön. Und zu unserer Linken sehen wir eine Stadt. Ich habe keine Ahnung was für eine Stadt ist. Oh komm. Silber kriege ich. Bitteschön. Okay, so kann man das die Polizei austriegen.